Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Nacht in Ticket und heute für das Spiel Battle Knight, Cyberpunk, Idol, RPG. Ich starte das Spiel, mache Vollbild rein und einmal kurz warten. Es geht ja eigentlich ziemlich schnell bei dem Spiel. Eigentlich. Mein alter Account habe ich auch, da ist er schon. Und da will ich schnell erstmal die ganzen roten Punkte abarbeiten. Und danach probiere ich, meine Dailies fertig zu machen. Gratis. Wow, ich bin reich. Und da ist noch ein roter Punkt. Eine Kampagne. Schnellsuche. Haben wir auch fertig. Jetzt geht es um die tägliche Quest. Okay, das wird hier nicht machen müssen. Was ist hier? Senden. Bestätigen. Einfügen. Bestätigen. Senden. Bestätigen. Senden. Oh, letztes Mal vor 42 Tage online gewesen. Das war. Hätte ich auf alles im Senden drücken könnten. Mensch, Junge. Was ist das? Ah, keine Pfeile. Das ist der letzte Rundpunkt. Und jetzt geht es los mit den Dailies. Tagesquest. Aufgehen. Schon zwei fertig. Schön. Goldrausch. Zweimal machen. Dann kaufen wir das doch gleich. Andere wäre in einer Stunde gewesen. Das hätte zu lange gedauert. Dann kommt jetzt Bronze rekrutieren. Äh, P4. Ich mach erstmal den einmal und den einmal. Das hätte zu lange gedauert. Gut. Hier sind ja auch noch rote Punkte. Gilde. Ich habe eine eigene Gilde. Was heißt, ich habe eine eigene Gilde. Es war eine andere Gilde. Ich habe es umbenannt. weil alle offline waren. Ich habe mir gedacht, komm. Komm, dann kommt die Gilde. Okay, wenn ich da bin. Oh, verlor'n. Alle ablehnen hier. Oh, 101. 126. Wäre das immer mehr, oder? Schau'n wir mal. Ach, das ist... Ja, das ist viel zu viel. Weiter. Na gut. Kann ich nicht mehr angreifen. Heute fertig. Da ist noch ein roter Punkt. Oh. Smart Chicken. Smart Chicken. Okay. Hier, Spielhalle, roter Punkt. Fitnessstudio. Oh. Okay. Weiter. Da. Gleich den nächsten hinterher. Die sind ja nur Level 20. Ich bin Level 37 mit meinen Leuten. Also, easy to go. 27 gegen Level 30. Schon ein bisschen schwieriger. Aber ich würde sagen, immer noch easy to go. Easy to go. tasty nicht. Noch zusammen. Tja. Da. Tja. Tja. Also, noch mal kistat. Dja. Tja. 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 Okay. Die letzten zwei. Die sind 534. Oh gut, das ist schon ein bisschen schwieriger. Bis jetzt sind nur noch leicht. Nicht mehr easy to go. Nur noch easy. Boah. Ich glaube easy ist es auch nicht. Ich verliere. Ja, ich habe verloren. Ich habe verloren. Und ich muss die gewinnen auch noch. Hm. Abbauen. Ähm, was müssen wir jetzt noch machen? Hier einmal kämpfen. Ah, 25er. Locker. Locker flockig. Die fallen wie die fliegen. So. Gleich fertig. Okay. Hier noch zweimal abbauen. Abgraben. Graben. Ich muss auf B10 runter. Habe ich doch geschafft. Ah ne. Jetzt zuerst. Ach. Der ist 27. Und jetzt noch der Boss. Mal schauen wie ich schneller sterben wird. Welch ist er? Gut. Haben wir auch abgebaut. Auf jeden Fall noch Fitnessstudio hier. Das geht gerade nicht. Weil meine Leute noch ein bisschen schwach auf die Brust sind. Und das obwohl diese 2 Level stärker sind. Hm. Kann doch einfach nicht sein. Die ist aber so. Dann hole ich mir schnell die Daily Quests alle ab. Oh, ist nice. Nur noch 2 Queste. Dann bin ich fertig. Tritt in eine Arena an. 3 Kämpfe in der Arena. Ich kämpfe gegen den hier. Boah. Der ist ja stärker als ich. Mist. Egal. 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 gewonnen! jawohl! nehmen wir den hier, nicht am wenigsten kampfkraft. immer auf die schwachen. jawohl! 700, 400, 300, das ist der schwache. und auch wieder gewonnen. warum nicht gleich so? was ist da? der geist ist auch schon wieder hier am start. so, dann haben wir jetzt... ich glaube noch ein Kampfbricht, ne? ne, das war's. ich habe noch zwei Aufgaben. probiere ich das noch einmal. ach, ich habe keine. doch, hier. kann ich nur machen, wenn ich für lp bin. ha! bin ich nicht. gut, dann wieder zurück. dann gibt es noch die eine Aufgabe, die ich machen kann. ausrüsten, einmal zerlegen. warte mal, bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier auf die helden. ausrüsten. ausrüsten. ich kann auch von 39. warte mal. noch mal damit. ne, machen wir auch von 39. zack zack. und zack zack. was ist das hier? gefahr. so, das sind meine... Leute, die immer für mich kämpfen. und schau da unten ein bisschen nach. die grünen wollte ich ja nicht aufleveln, deswegen sind sie alle Level 1. aber der blaue... aber der blaue... auch noch mal. ok. das ist ja auch noch mal. auf das wäre es würde ich sagen. Da gehen wir noch auf Dailies drauf, gehen auf Rüstung zerlegen, 1 oder 2 war das, egal. Zerlegen, 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 das auch noch zerlegen, das, 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 zerlegen, nach Gießung, Stefan, Schuhe und Assis-Vorsfilm hier, Helm, Kleidung, Schuhe, Assis-Vorsfilm, Fünfmal. Und nochmal vier Helme. Oder Cappies, in dem Fall. Und das war das auch. Schon wieder zwei fertig, das ging auch schnell. Jetzt können wir noch einmal ganz kurz das Fitnessstudio ausprobieren. Da müssen wir doch jetzt locker schaffen, oder nicht? Die Leute neu ausgerüstet, zwei Level aufgestiegen. Was? Nein! Das schaffen sie immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Eieiei. Ganz knapp. Ganz knapp. Oder. Oder. Oder nicht. Nein! Das gibt's doch nicht. Wieder verloren. Okay. Ich bin traurig. Also es fehlt mir Studio. Die zwei Kämpfe schaffe ich da nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich habe, hol mir jetzt die letzte Quest noch ab. Schwing. Schwing. Hol mir die beiden Teile noch hier ab. Und das war's denn heute. Noch einen roten Punkt vergessen. Klapp bitte. Den wieder. Da oben. Da oben. 1. 2. 2. 4. 3. 4. 5. 5. 7. 5. Einen Kampf probieren. Okay. Und dann würde ich mal sagen, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Was habe ich denn jetzt schon wieder freigespielt? Ah, ja, genau, die anderen kann ich erst mal noch nicht. Keine IPs mehr. Da haben wir jetzt... Ah, das war's für heute. Okay also ich kann nur blaue Sachen blau oder episch wahrscheinlich aufwerten. Noch mal probieren? Jetzt muss ich es doch schaffen. Jetzt muss es doch einfach gehen. Einer Daumen bei mir. Zwei Daumen bei mir. Drei Daumen bei mir. Das gibt es doch nicht. Jetzt aber. Komm schon. Haut den eine runter. Genau und der nächste das schaffe ich doch diesmal. Ja der letzte der ist weg. Geschafft. War das spannend. Und davon habe ich zwei Kämpfe auch noch. Mach mal so. Gut. Dann bin ich jetzt wirklich fertig. Alles weg. Da ist nochmal die Level 40 Belohnung. Dankeschön. Das war's. Gut. Alle Dails geschafft und so weiter und so fort. Alle Punkte abgearbeitet. Fertig. Dann werde ich das Spiel beenden. So kann ich nicht machen. Mach ich das so. Einfach schließen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da übrigens dabei seid. Bis dann. Bis dann. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.